Zack, wir sind in einer Achterbahn mit Milo. Hä? Ich sagte, wir sind in einer Achterbahn mit... Seht ihr? Das ist das, was mir Angst macht. Du hast recht, Melissa. Das war eine blöde Idee. Ich weiß echt nicht, was ich mir... Ich glaube, ich sollte lieber nicht hier sein, wenn sie zurückkommt. Keine Sorge, Melissa. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Und Zack hat recht. Das hier ist absolut sicher. Oder so sicher, wie man es erwarten kann, bei der Höhe, der Geschwindigkeit und Murphys Gesetz. Ich will jetzt mal aufzureden. Sieh mal, da unten ist ein Flugzeug. Und los geht's! Oh, eine verstopfte Arterie. Kurz warten. Ein liebes bisschen! Hi, mein Name ist... Da sehen Sie ein brennendes Schwein Das ist mir echt ein Rätsel Mea culpa, tut mir leid Sie hatten tausendprozentig recht Mission erfüllt, initiiere Auflösungsprotokoll Habe verstanden Was? Nimm dieses Ding wieder ab Okay, halt mal meine Klarinette Du liebeste Es ist verängstigend, sich seiner Angst zu stellen, Milo Aber jetzt ist es wichtig, dass sich deine Angst meiner stellt Es hat funktioniert Zum Glück ist es jetzt endlich vorbei Ich weiß nicht, das sieht wie der Anfang der Achterbahn aus Siehst du, da unten ist schon wieder das Flugzeug Hi, Flugzeug Wir müssen noch mal das gleiche durchmachen Nein, ich glaube, diesmal wird es ein bisschen anders Was soll das heißen? Wir hoffen, Ihnen hat der eingefettete Donner gefallen Die Fotos der Schmalzcam können Sie sich vorne am Vergesst es Ich bin advertivert den Schmalz Ich bin advertivert den Schmalz